BMW Museum Das 1973 eröffnete BMW Museum präsentiert auf einer Ausstellungsfläche von 4000 Quadratmetern in einer Dauerausstellung rund 110 Exponate aus der mehr als 100-jährigen Firmengeschichte von BMW. Aufgezeigt wird die technische Entwicklung der Firma von den Anfängen über die Gegenwart bis in die Zukunft. Zu sehen sind neben den bekannten Automobilen auch Motorräder sowie Motoren, Turbinen und Flugzeugmotoren. Neben den in großen Stückzahlen produzierten Limousinen finden sich extravagante Sportwagen und futuristische Modellstudien. Eine Abteilung widmet sich ausschließlich dem Rennsport. Tourenwagen stehen hier neben Formel-1-Boliden. Für das Museum entwarf der Wiener Architekt Karl Schwanzer, der auch für das BMW Hochhaus verantwortlich zeichnete, einen funktionalen Bau. Er wird wegen seines Aussehens von vielen Münchnern liebevoll als Salatschüssel bezeichnet. Ein Großteil der Ausstellungsräume befindet sich unter der Erde. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel-Mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.